Hallo, da sind wir wieder! Die PW-Plotzen! Hallo! Oh, ganz ohne... ...Frauen. So. Okay, das Tivo ist unten. Was machen wir heute? Baumstimme hacken, würde ich sagen, oder? Ja, das wird erstmal so bleiben noch, ne? Ja. Ich warte jetzt mal hier, bis der Dober hier den Baum abgesägt hat. Was, ich kann nicht mehr schlagen? Was ist das denn? Ich hab doch blau empfangen. Ach, jetzt. Achso. Oh! Interessant. Baum-Feld! Die Lichtverhältnisse, die find ich ja ganz cool, aber auch, guck mal, da hinten in die Richtung, wo die Sonne untergeht, glaub ich, in den Wald rein, das sieht mega fett aus. Ja, da guck ich grad hin. Ich versuch grad, deine Baumstämme hier zu finden. Na, wird natürlich jetzt mega schwer, ne? Jetzt blöd, ob man nicht schlafen kann, jetzt. Ah, da rollt einer, da rollt einer! Nimm ihn! Hab ich jetzt zwei? Ja, ich hab zwei. Ach, kann ich hier den, den? Ne, kann man nicht. Ich kann das Feuerzeug nicht benutzen, wenn ich, äh, so Baumstämme schlepp. Ja. Äh... Ich mach mal hier so ein paar Fäckelchen zwischendurch, dann sehen wir ein bisschen. Oh ja, lass mal Fackeln bauen, das ist ne gute Idee. Ja, weil dann sehen wir, was? Klar, da müssen wir ein paar Stöcke, ein paar Steine sammeln und so, gut, aber... Das ist ja auch nicht so... Ja, aber das ist ne gute Idee. So ist das ja scheiße. Hier, also, man sieht... Ich weiß auch nicht, wie viel man sieht nachher dann. Das ist halt Murks. Hast du gesagt, Stöcke und Steine? Naja. Sammle ich mal welche mit. Also du kannst ja auch mit dem Leiter hier rumlaufen, mit dem Feuerzeug, aber das ist auch nicht so... Ja, das hab ich ja schon gemacht, ja, aber das geht, aber das geht auch nur mit dem... Solange du keine Baumstämme hast, ne? Ja. Ach, ich kann gar nichts mitnehmen, ich bin voll, glaube ich, kann das sein? Okay, dann bau doch direkt, wenn du schon voll bist. Ne, ich mein so... Ah, hier hab ich noch so ein Echsenfell. Geil. Die Effigies, die kannst du halt auch anzünden, aber die müssen halt fertig sein dafür. Wie kann ich denn... äh... Kann ich so das Scheiß nicht wegschmeißen, den ich in der Tasche hab? So, guck mal, da haben wir schon ein bisschen Licht hier, ne? Na, egal. Oh. Wenn wir jetzt noch hinten eine machen, glaube ich, dann haben wir schon fast wieder hell genug. Äh, B. Feuer. Was ist denn das? Standing Fire, oder was ist das? Ja, die hab ich jetzt immer genommen, die brauchen halt drei Holz und drei... Und drei Steine, ja. Drei Steine, also das ist halt schnell gemacht. Vor allem die Sachen liegen ja eh hier überall rum. Hallo? Ist das fertig? Danke. Muss ich das anzünden? Ah, ja, da. Mach der von alleine, wenn du's fertig gebaut hast. Geil. Und das ruft natürlich unsere Freunde aufm Plan wahrscheinlich, wenn du das so hell machst hier, aber... Ja, ist doch scheißegal, oder? Ich glaub, gefährlich werden die auch nur, wenn die halt mit echt vielen kommen oder wenn die großen Monster kommen. Da gibt's halt noch so komische Mutantenwesen hier. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Nee. Ich glaub, da hinten kommt grad wieder einer. Ja. Also eigentlich kommen hier nur die Indianer. Oh, da kommen wieder zwei. Oh, da ist eine Frau, da ist eine Frau! Oh! Oh! Ne Hilfe, oh, was sagst du, ne? Im Moment nicht, im Moment ist nur eine. Die zieht sich grad wieder zurück. Ich wurde gesehen, ich wurde gesehen. Oh, oh! Was ist los? Hörst du mich noch? Ja. Also ich bin draußen. Oder? Game crashed. Ja. Uiuiui. Scheiß. Hallo! Da sind wir wieder. Da bin ich wohl rausgeflogen. Es hat das Spiel hier ein bisschen gecrashed bei mir. Und damit natürlich auch die Aufnahme. Und natürlich bin ich wieder im Flugzeug, denn ich konnte noch nicht speichern. Oder hab's noch nicht gespeichert vorhin. Und jetzt muss ich schnell zum Dobeck hier. Ja, ich bin hier eingecreist von mindestens acht Einheimischen. Ich bin jetzt auf die Plattform geflüchtet, steh oben drauf und halte hier die Stellung. Einen hab ich auch schon gerannt. Der eine frisst wieder an den Toten. Boah, hier an diesen... An den Hütten, da müssen wir mal hingehen. Da hängen immer so Wäschelein und da kann man sich so Stoffzeug wegnehmen. Ja. Stofffetzen, ne? Oh. Ja. Oh, ich dachte, die kommt hoch, die Schlampe. So, da ist der Dobeck. Da muss ich hin. Ich mach mal hier den. Ja, das ist mittlerweile, sehe ich noch nur noch vier und einer ist tot. Also der eine nascht an dem, der jetzt nicht mehr da ist, sagt aufgefressen. Dann platzen die auch die Leichen, die ich erst mal habe. So, guck mal da mal. Ich finde, ich finde es blöd, dass die ganzen Sachen wieder weg sind. Aber gut, das ist nicht so dramatisch. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich will jetzt hier nicht runtergehen und ich will den anlegen, weil da so viele sind und ich habe halt auch nicht so viel Rüstung. Ja. Da habe ich jetzt gar nicht mehr. So, aber egal. Ah, Blitz. So. Wovon ist das denn hier noch? War das für so eine Hütte? Ich will jetzt ja noch nicht die ganze Zeit durchsprinten. Ach, hier die blauen Hüter. Ja, dann bist du auch platt, wenn du hier ankommst. Dann kannst du ja nicht mehr schlagen. Deswegen. Oben geht's mit der Helligkeit, da kann man Feuerzeug ausmachen. Ich habe mich jetzt mal hier hingeduckt. Ich glaube, die gehen weg. Vielleicht meinen die, du wärst weg. Also, die sehen mich nicht mehr als Gefahr oder ich weiß nicht, irgendwas, also ich glaube... Ja gut, der eine hat uns ja auch gar nicht angegriffen letztes Mal. In der letzten Folge, glaube ich, war das. Ja, das stimmt. Der ist ja nie gekommen, hat geguckt und ein bisschen gesmackt und... Also, bei dem... Bei seinem Kollegen. Ja. Und dann habe ich ihn ja niedergemäht. Uiuiui. Die sind bestimmt sauer. Wundern sich, wo die ganzen Leute hin sind. Ich will mal gerade gucken, ob ich hier so ein Standfeuer auch hier drauf bauen kann. Boah, was ist das denn? Das ist ein Seil. Hier geht... Das ist ein... Hier kann man sich runterlassen! Glaube ich. Ich will jetzt aber nicht E drücken. Ich will ja gar nicht runter. Ich will ja gucken, was hier... ...den Doorback abgeht. Oh ja, diese Windgeräusche, da... Jetzt höre ich das auch. Sehr cool. So, hier müssen wir mal Feuerzeug wieder anmachen, weil das ist zu dunkel. Mein Ding ist verbrannt, ey. Oh, Jays Ding ist verbrannt. Das ist übel. Jeder, der das schon mal hatte, der weiß, wie schlimm das ist. Oh, Mann. So. Sind die Buschmänner noch da? Ne, die sind abgehauen. Ich sag, ich hab mich hingesetzt und dann sind die gegangen. Das ist gut. Wie hast du dich denn am Seil abgeseiht? Hab ich nicht. Da war so ein Seil, da war... Das führt unten in so eine Höhle. Irgendwie. Ach, in die Höhlen, da kann man auch reingehen, das stimmt. Da hab ich so ein... Da sind aber auch so fette Mutantenmonster manchmal. Ach so, ja, da möchte ich natürlich nicht. Nee, da musst du auch noch ein bisschen aufpassen. Da sollten wir uns ein bisschen ausrüsten vorher. Also, dass wir voll mit Rüstung sind vielleicht und so. Cool wäre natürlich, wenn unser Effigy-Ding da fertig werden würde, ne? Aber das kann man irgendwie nicht fertig machen, das ist irgendwie ein bisschen bugt. Ich hing hier fest? Ne, jetzt doch nicht. Jetzt geht's. Irgendwas stimmt da nicht mit dem Effigy, ne? Ne. Ist schade. So viele Körperteile würde doch reingehen. Ja, vielleicht ist da wie ein Bug noch oder so, ich weiß das nicht. Also... Kleinen kann man auf jeden Fall bauen, die hab ich schon mal gehabt. Oder vielleicht gehen die auch alle gar nicht mehr, kann sich auch sein. Mal gucken. Können wir doch mal versuchen mit so einem Kleinen. Wir töten ja eh die ganze Zeit die Leute hier. Ich will so einen Waschbären mal töten. So. Boah, hier liegen ja Leichenteile ohne Ende. So, was macht denn meine Tasche? Kornet sind hell oder was? Ja, weiß ich. So. Wo ist denn da? Blätter. Hm. Da sitzt hier einer. Da kommt einer, ne Schlampe. Wo denn? Die brennt, die brennt, die brennt. Geil, wo? Da kommt der Kollege. Oh. Der brennt nicht. Ach da. Da ist der Dobek. Die Klampe brennt, die geht drauf. Ich glaub, die sterben immer, wenn die verbrennen. Oh, der hat mich getroffen, der Penner. Oh, da ist noch einer. Ja, da sind zwei und die Frau. Aber die Frau, wie gesagt, die sollte eigentlich kein Problem sein. Nein, nein, nein. 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 Du Barstard, du alte Scheiß. Ist der abgehauen jetzt? Ne, der hockt in seinem Baum. Ja, komm doch, Junge. Komm, komm. Hinter dir, hinter dir. Oh, hier sind noch weiße. Der Fackelmann, ey. Der Fackelmann, der alte Fackelmann. Oh, schade. Maximale Zerstörung. Oh, schade, sterb ich, sterb ich, muss weg. Uiuiuiui, boah, ich hab nicht mehr viel. Oh, komm hier hoch, wenn das nicht mehr geht, bevor die ich platt machen. Fuck. Na, hier hoch, hier kommen die nicht hin. Uiuiuiui. Lass mich hoch. Ich komm nicht hoch. Man muss einen Schritt zurück gehen, dann geht das. Oh, der, oh, der ist hinter dir. Der trifft dich. Oh. Oh, ich hab nur zwei Medizin, ich muss mal eins nehmen. Wegen. Oh, fuck, ich komm doch nicht. Kennst du das, wenn du so auf der Flucht bist und auf deinem Stuhl so mitgehst? Ja. Oh Gott. Der kommt hoch. Oh. Wat, wo ist der? Der ist hier rüber gesprungen, der mit der Fackel. Scheint ein wilder Typ zu sein. Ich geh mal in die Hocke. Ich würde den mit der Fackel gern töten. Eins, zwei, drei. Ja, viele sind das eigentlich nicht, ne? Ja, aber ich hab kaum noch, ich hab noch die halbe Energie. Also die Lebensenergie. Ja, guck mal, du Medizin. Oh, die prügeln sich gegenseitig, da guck mal. Ja, vielleicht sind das unterschiedlich. Der eine ist so ein weißer und der andere ist ein schwarz. Also, ein geölter. Der Fackelmann hat den einen verprügelt gerade. Geil. Medizin hast du gesagt. Ja, oben links, direkt am, äh, der brennt, der Fackelmann. Der stirbt. Metz, ja, hab ich. Nehm ich mal. Okay, sollen wir runter? Sollen wir mal runter? Der Fackelmann ist kaputt. Ne, der ist tot. Der Fackelmann ist tot? Geil. Ja, der ist ins Feuer gekommen. Ja, lass mal den Schwarzen töten hier. Den Ölmann. So. Mann, Gott, ey, das ist das spannend hier. Leck mich am Arsch, du. Mach die Fackel nochmal wieder an. Richtig. Mach so ein paar Plätter rein. Weil die da... Oh, da ist ein... Wo war er? Weil die da drin verbrennen, ne? Ja, ja, da war ne Eidechse gerade. Oh, cool. So ich auch gerade. Ich weiß ja nicht mehr. Ich sammle gerade mal ein paar... Paar... Paar Blätter auch. Und zünd dann hier hinten auch mal wieder Fackelmann ein. So. So. Alle schön brutzeln, die Penner. Ich hab meine Dschungelhaut auch am nächsten gut durch. Ja, ohne die Rüstung wär ich schon platt gewesen jetzt auch. Ich hatte ja keinen mehr. Ich hatte ja vorhin welche, aber da... ... bin ich ja gecrasht und dann war ich ja wieder zurückgesetzt. Ja. Ne, also wie gesagt, viel hatte ich nicht mehr. Ich hatte auch so ein bisschen rot. Deswegen musste ich ja die Medizin nehmen. Ich glaub, wir haben wir. Dann sollten wir vielleicht jetzt mal... ...weiter Bäume fällen, ne? Meinst du? Die nächste Plattform. Können wir machen, ja. Ich geh mal grad ein bisschen hier runter. Ich guck mal grad, ob ich hier ein, zwei Echsen mal finde. Das kann auch sein, dass das so von Tag zu Tag ein bisschen schwerer wird. Das hab ich auch schon gedacht, ja, genau. Dass dann deswegen jetzt auch so viele kamen oder so, weil... ... das muss ja auch eine Herausforderung sein. Wenn da immer nur einer kommt, dann... Ja, klar. Das wird ja auch nicht mehr schwerer, wenn da immer nur zwei, drei kommen oder was. Das ist ja langweilig. Vor allem, du wirst ja besser, du. Du rüsstest dich ja immer weiter aus. Ja. Ja, eben. Das kann gut sein, ja. Ne, das ist ein Waschbär. Der haut eh wieder ab. Ah, verdammt. Neunzehn von fünfunddreißig. Echsen. Wo seid ihr? Wow. Achso, das warst du. Ah, diese Geräusche, da müssten die nur mal dran arbeiten. Oh, hier ist auch eine Höhle. Auch geil. Also eine Höhle hast du wieder gefunden. Was heißt eine Höhle? Es ist so ein... ... so eine kleine Auskerbung im Hügel. Aber cool. Achso, aber wenn du eine richtige Höhle hast, da kannst du reingehen. Dann ändert sich auch die Map. Ah, cool. Habe ich aber nicht gefunden. Ich habe nur eben dieses Loch gefunden, wo man runter kann. So, ich habe jetzt dreimal Rüstung schon wieder gefunden hier oben. Scheiße, und ich bin hier runtergegangen. Dafür ist mein Baumstamm jetzt weg. Blätter. Blätter. Der Baumstamm sehe ich nicht mehr. Keine Ahnung, wo der hin ist. Egal. Findet sich schon wieder. 223 brauchen wir noch. Ey, leck mich ja mal. Ja, ist nicht übel. Wir müssen uns mal die Rezepte auch rausgucken mal. Ja, das sollten wir mal machen. Auf jeden Fall. Dass wir mal einen Bogen oder sowas bauen können. Weil, wenn die jetzt stärker werden und wir bleiben immer auf dem gleichen Stand hier, das ist ja auch nichts. Bleib hier, du Echse. Du stirbst jetzt, Echse. Das kannst du aber von ausgehen, ey. Ach, die ist schon tot. Ey, Reep. Geh von meiner Exe weg. Indiana, Indiana. Was? Indiana? Ich bin gerade nur ein. Ich bin gerade oben. War ein Agro-Typ wieder. Schügel. Ich hacke hier nochmal so einen Baum. So einen Zahn hast du schon los, du Pisser. Jetzt ist dein Kopf los. So. Er ist erledigt, der Indiana. Der F&G ist fertig. Echt geil. Ja. Das wurde doch mal Zeit, ey. Kann man anzünden, jetzt. Das brennt auch. Cool, macht das. Kann man das immer wieder anzünden, dann? Ja, ne? Ja. Also, das war das bis jetzt immer. Komm, hier ist noch ein Bogen. Aber das war nur ein Anzeigefehler. Dann mussten halt einfach noch ein paar Köpfe rein. Ja. Ich hab meine immer wieder da reingesteckt, wenn ich welche hatte. Ja, ich hab auch immer mich da reingestellt mit allem und hab wieder da reingedonnert. 12, steck nochmal die nächste Plattform. Ich hab hier zwei, hab ich noch. Dann muss ich mir einfach mal kurz... Direkt hier dran stehen, lass mal stehen, ne? Ja, hab ich auch gemacht. Ich war jetzt oben auf dem Hügel. Ich war auf der Suche nach Echsen, aber dann... Hab ich gedacht, komm, dann haxe mal lieber ein paar Bäume, das macht mehr Sinn. Hab keine mehr gefunden und dann... Wollte ich da auch nicht ewig rumlaufen und Echsen suchen. Naja, die laufen ja immer nur über den Weg und dann nimmt man Licht dann, ne? Ja, aber man, ich... Ich seh die immer nur bei Tageslicht, das ist das Ding. Na, Nacht kann ich die nicht sehen. So, was haben wir? Bei dem Baum hau ich noch um und dann muss ich aber auch was essen wieder. Ja, brutzeln wir da irgendwie mal so ein Stück Fleisch. Oh, Mann, 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 ey. Puh. Blöd, weil man mal weiterlaufen muss da mit den Sachen jetzt, ne? Ja gut, das ist halt so, ne? Da oben liegt es noch Baumstämme, aber ich muss auch was essen, ich bin schon wieder platt hier. So, ich bin mal wieder hoch. Na, haben wir schon einiges gerodet hier, wa? Ja, ist schon eine große freie Lichtung geworden. Ja. Na, ist auch nicht schlimm, ist ja schön hell dann. Kann man hier wenigstens schön Echsen jagen. Ja, wo hab ich den denn gehackt, den? Ja, ich weiß auch nicht, ob die Tiere irgendwie spezielle Vorlieben haben, wo die lieber sind, in der Sonde oder im Schatten oder unter Bäumen oder so, das kann doch auch sein, ne? Aber ich hab, die spawnen irgendwie überall. Da vorne seh ich da noch einen Baumstamm. Ja, ich hab da oben noch ein paar wegehauen, zwei Stück. Kann ich nicht alle wegschleppen. Zack. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Zack. Sehr schön. 15 brauchen wir schon nur noch. Geil, ne? Das geht richtig voran. Wenn wir mal wieder unter 200 sind, dann haben wir schon mal ein Ende in Sicht wieder. Dann bauen wir die nächste Plattform. Ne, dann sollten wir mal wirklich Survival machen. Ja. Dann wirklich das bauen, was wir brauchen. Das ist ja jetzt hier alles nur Show, ne? Das große Haus da halt. Machen wir ja auch. Wenn wir die jetzt, wir müssen uns echt, wir gucken uns fürs nächste Mal die Rezepte an und dann brauchen wir aber was cooles. Wir brauchen auch so Bogen oder irgendwas. Ja, genau. Oh, da oben sind wir Indianer. Einer zumindest, ja, hinter dir. Aber, also jetzt nicht mehr hinter dir. Auf dem Hügel. Was brauchen wir denn noch? Aber die eine Plattform ist fertig. Kriegen wir. Vier Stück brauchen wir dann nur noch. Scheint wieder zu gehen. Wenn jeder noch zwei holt, dann muss ich nichts dort haben. Hast du noch welche, äh, liegen? Ich weiß nicht, ob da noch welche liegen. Also ich hab noch zwei gefunden. Ich guck nur. Dann zack ich noch einen Baum einfach. Ups. Ich seh jetzt erstmal keine. Das war ja noch, dann haben wir das. Auch Gewitter schon wieder, ey. Furchtbar war Wetter hier, ne? Ja, vor allem so oft, dass hier regeln, ne? Ja. Nicht aus. Ich hab nur ein bisschen Angst, ob die Spacken kommen. Hehehehe. Ich hab nur und Murat, meine ich, weißt du? Ja, ja klar. So. Eins, zwei. Und noch mehr. Da rollt ihr noch ein Baum, zwei Baumstimmen entgegen, gerade. Achso. Ich hab mich selber bestanden. Seh schon. Aber die Plattform ist auch fertig. Geil. Ja, wann sind wir denn mit der Folge? Ich hab ein bisschen drüber laufen lassen, die Zeit, weil wir ja eine Auswahl hatten. Sind wir jetzt bei 24. Also, müsste passen. Müsste so um die 20 Minuten rumhängen. Ja, die Plattform auch fertig. Da können wir ja auch eigentlich... Haben wir ja auch gesagt. Boah, guck mal. Guck mal, ich mach mir nochmal die FIG an. Okay. Hat schon was. Also, ich würd da nicht mehr rankommen, jetzt. Wenn ich jetzt so ein Indianer wär. Stimmt. Gut, dann würd ich sagen, dann, äh... Was ist das denn? Dann machen wir hier auch, äh, Schluss, ne? Stein. Ja. Würd ich sagen. Geh ich noch... Achso, wir müssen ja... Ja, speichern können wir gleich noch eben. Geh mit erstmal hier hoch auf die Plattform. Ah. Geht auf jeden Fall noch. Oh. Nächstes ist überhaupt kein... Ne, da passt, passt alles bis oben. Gut, dann. Warte kurz noch hoch. Ja, klar. Okay. Muss ich ja noch zeigen. Ich muss immer so ein paar Schritte gehen, dann. Ja, genau. Dann kommt der da hoch. Der braucht noch ein bisschen Anlauf irgendwie. Sieht bestimmt geil aus, oder? Oh ja, voll behindert. Ja, jetzt... Ah, da ist er oben. Geil. Gut. Ja, es könnte schöner sein, aber... Naja, das können wir dann immer noch mal verbessern. Genau. Wenn erstmal alles gebaut ist, ne? Ist aber schon geil. Von hier hat man schon einen geilen Ausblick, so, ne? Ja. Finde ich. Also wenn wir jetzt die ganzen Bäume noch weggerodet haben, die wir ja eh noch brauchen... Das stimmt. Können wir den ganzen Wald überblicken. Gut. Dann... Vielen Dank für's Zusehen. Joa, bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.